Hallo, in diesem Video zeige ich Ihnen, wie unser B1 Usability Package für SAP Business One einzelne Rollen in Ihrem Unternehmen unterstützen kann. In diesem Video betrachten wir die Rolle des Service Managers. Also was ist die B1 Usability Package? Es kann viele verschiedene Dinge tun und kann als Toolbox angesehen werden, um Ihre SAP Business One Erfahrung zu verbessern. Indem Sie Aufgaben automatisieren, allgemeine Optimierungen vornehmen und das System im Allgemeinen zu Ihrem eigenen machen. So, lass uns in die Rolle des Service Managers eintauchen. Also lernen Sie Michael kennen, der Service Manager. Michael, wichtigste Rolle besteht darin, sicherzustellen, dass die Kunden den schnellsten Support erhalten und ihre Service Vereinbarung aushandeln. Wenn wir uns also ansehen, wie wir Michael helfen können, dreht sich alles um Datenübersicht und Datenqualität. Also hier habe ich drei Beispiele. Zuerst füllen wir eine Kanban-Board hinzu, das alle offene Service-Anrufe auflistet, damit keiner zurückbleibt. Zweitens geben wir Michael auch einen Kalender mit den Service-Einsätzen und den Service-Contracts, die demnächst ablaufen, damit er daran denkt, sie neu zu verhandeln. Schließlich markieren wir auf Anfrage von Michael verschiedene Felder in den Service-Calls obligatorisch, um sicherzustellen, dass alle Benutzer die erforderlichen Informationen bereitstellen, um die Service-Niveau hochzuhalten. Das waren also nur drei Beispiele und natürlich gibt es viele, viele mehr. Sehen Sie sich auch alle anderen Videos an mit Beispielen, wie wir anderen Rollen in Ihrem Unternehmen helfen können. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag und ich hoffe, Sie fanden die paar Beispiele nützlich.